Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Lynx-Markt-Kommentars, heute am Montag, den 7. Mai 2018. So, der DAX hat es nun endgültig geschafft, nämlich der Übergang zu einem neuen Aufwärtstrend ist da. Ja, der Abwärtsbewegung wurde ja hier gestartet durch den Fehlausbruch über die Marke von 13.500 Indexpunkten und seitdem sahen wir bis dato eine Schlacht der Bären und ja, die letzten Monate über waren voll von tieferen Höchstständen und tieferen Tiefständen, ergo befand sich also der DAX hier in einer insgesamt ganz, ganz klaren Abwärtsbewegung. Diese Abwärtsbewegung wurde erstmals im April jetzt durch das höhere Tief und das höhere Hoch, das wir also hier kreieren konnten, quasi beendet und somit war also die Stabilisierung des deutschen Aktienindexes zum ersten Mal in diesem Jahr wirklich deutlich erkennbar. Ja, und durch das neue höhere Hoch, das wir also jetzt erhalten haben im Laufe der vorigen Woche und damit einhergehend dem Breakout über den 200-Tage-Durchschnitt über 12.650 Punkte, ist also somit auch zum allerersten Mal der Übergang in einen neuen Aufwärtstrend hier gewährleistet. Bedeutet also, dass die Chancen in den nächsten paar Wochen auf weitere Kursanstiege derzeit höher sind als umgekehrt. Die Frage stellt sich, wo sind die nächsten Kursziele? Nun, wir haben hier mal einen kleineren Widerstand im Bereich 13.300 Indexpunkten und dann wäre quasi der Weg wieder frei, um den DAX wieder in Richtung 13.600 Punkte zu bringen. Wo liegen nach unten hin die nächsten Unterstützungen? Da haben wir zum einen das Tief der Ausbrustkerze aus der vorigen Woche hier bei 12.600, ist eine kleinere Unterstützung, ähnlich wie hier diese Marke bei 13.300, das Padron dazu, aber die wesentlich stärkere Unterstützung, die würde also hier bei 12.300 Indexpunkten lauern. Also solange sich der DAX über diesem Niveau hier befindet und über diesem Niveau bleibt, bleibt also somit auch der Aufwärtstrend weiter erhalten. Positiv zu sehen ist vor allem auch die Reaktion des 50-Tage-Durchschnitts. Der war ja bis dato zusammen mit dem Abwärtstrend hier in einer Fallphase, ging dann über in eine eher neutrale Seitwärtsphase. Das war auch hier die Kursstabilisierungsphase des deutschen Aktienindexes. Mittlerweile sehen wir, dass der 50-Tage-Durchschnitt ebenfalls bereits in eine Aufwärtsbewegung übergegangen ist. Ja und die gleitenden Durchschnitte, die agieren eben gerade in solchen Situationen ganz gerne mal als sehr, sehr gute Unterstützung. Also Lage im DAX zum allerersten Mal richtig positiv. Ja und das bedeutet, wie gesagt, die Chancen auf weitere Kursanstiege sind derzeit recht hoch. S&P 500 Index, da haben wir also vorige Woche auch relativ gemischte Gefühle und relativ gemischte Signale gesehen. Zum Donnerstag hin wurde also hier diese Unterstützungslinie aus dem symmetrischen Dreieck nach unten gebrochen. Es sah alles ein bisschen danach aus, als ob hier die Beeren das Zepte übernehmen würden. Allerdings weit gefehlt. Die Bullen haben also hier Intraday eine 180 Grad Wende hier vollzogen und das war dann letzten Endes das Kaufsignal, dass also hier die Bullen für den Freitag mitgenommen haben, um also hier dann quasi die Woche noch mit einem halbwegs passablen Endergebnis schließen zu können. Es sieht momentan relativ stark danach aus, als ob die Bullen jetzt einen Breakout nach oben hier versuchen werden. Es muss natürlich dann auch darauf geachtet werden, ob es nicht wiederum ein Fehlsignal wird oder nicht. Aber die Chancen auf einen Ausbruch nach oben stehen momentan aus unserer Sicht ein bisschen höher, nachdem wir hier am Donnerstag wie gesagt ein Fehlsignal nach unten produziert haben. Also die Beeren hatten ihre Chance, die Beeren haben ihre Chance nicht genutzt. Ja und jetzt werden natürlich die Bullen versuchen hier weiter Gas zu geben. Kleineren Widerstand haben wir hier natürlich mit dem Pivot hoch von April bei 2717. Wird sehr, sehr spannend. Wir gehen davon aus, dass wir also das in den kommenden paar Tagen hier mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit erreichen werden. Danach werden die Karten neu gemischt. Sollte der Widerstand gebrochen werden, dann wäre letzten Endes der Weg wieder frei, um also den S&P 500 Index und somit den US-Markt weiter zu beflügeln und ebenfalls also auch hier den Markt vielleicht wieder in einen neuen Aufwärtstrend als bald hier überzuleiten. Ja, was beflügelt derzeit eigentlich den deutschen Aktienindex? Es ist hauptsächlich natürlich vor allem der Fall des Euros zum US-Dollar. Wir haben die leicht negativen Tendenzen bereits in den letzten zwei Handelswochen hier besprochen miteinander. Wir haben uns sogar kurzfristig hier eine kleine Gegenreaktion nach oben erwartet in Richtung 1,22. Aber nicht einmal dies gekommen, was also hier wirklich für die Stärke der US-Dollar-Pullen quasi hier letzten Endes dann spricht. Und wir haben auch den 200-Tage-Durchschnitt mittlerweile relativ deutlich nach unten gebrochen. Wir haben zum ersten Mal auch in einem längerfristigen Chart einen relativ deutlichen Trendbruch hier und das bedeutet, der Euro wird aktuell tendenziell schwächer, der Dollar wird tendenziell stärker und das beflügelt natürlich letzten Endes vor allem die europäische Exportwirtschaft. Das ist auch einer der Mitgründe, warum der DAX jetzt gerade auch in den letzten paar Handelstagen derart stark durch die Decke gegangen ist. Also Chancen auf weitere Kursanstiege im Dollar sind groß. Der Euro wird aktuell schwächer und solange wir nicht wieder die Marke bei 1,2150 bis 1,2100 zurückerobern, müssen wir also derzeit davon ausgehen, dass der Euro diese Schwächer weiter fortführen dürfte. Ja, dementsprechend reagieren natürlich auch die Edelmetprallpreise eher negativ auf diese Tatsache. Der Dollar wird stärker, dadurch wird der Goldpreis schwächer. Auf Euro-Basis ändert sich nicht wirklich allzu viel, denn auch hier sehen wir, dass natürlich die Währungsdifferenz zwischen dem Euro und US-Dollar natürlich auch einen direkten Einfluss hier auf den Goldpreis hat. Die jüngsten Tiefs wurden jetzt erneut getestet hier im Laufe der Woche. 13,05, 13,10 hat gerade mal so gehalten. Aber wir bleiben trotzdem noch immer in dieser Bandbreite eigentlich der letzten vier, fünf Monate. 1300, 13,70. Also da sehen wir nach wie vor keine großartigen Tendenzen nach oben oder nach unten. Und dementsprechend bleibt auch die weitere Bewegung des gelben Edelmetalls vorübergehend weiterhin sehr, sehr neutral. Der Rohstoff, der nach wie vor alles rockt und ordentlich durch die Decke geht und auch der Rohstoff, den wir auch in den letzten paar Wochen immer wieder auch des Öfteren hier in den Fokus gestellt haben. Das ist natürlich der Rohölpreis. Erstmal seit langem konnte jetzt wieder die Marke bei 70 nach oben durchbrechen. Und wenn wir hier einen Chart, da müssen wir schon wirklich sehr, sehr weit zurückgehen, uns anschauen. Da waren wir die letzten zweieinhalb Jahre nicht mehr. Also der Ölpreis hat sich mittlerweile deutlich nach oben gehievt. Wir sehen einen glasklaren Aufwärtstrend. Jetzt mit diesem Breakout nach oben stehen sogar die Chancen gut, dass dieser Trend nach oben beibehalten wird. 75 bis 80 Dollar je Barrel scheint also jetzt in den nächsten paar Wochen und Monaten nicht mehr wirklich unwahrscheinlich zu sein. Und wir haben nach unten hin einige wirklich sehr, sehr solide Unterstützungen aufgebaut. Auch hier sehen wir eine richtig schöne Folge von höheren Tiefs und natürlich auch höheren Hochs. Die Wahrscheinlichkeit auf weitere Kursanstiege sind sehr groß. Und solange wir dieses Tief der vorigen Woche, hier bei rund 67 Dollar je Barrel, nicht wirklich deutlich nach unten durchbrechen, stehen also die Chancen auch hier auf weitere Kursanstiege im schwarzen Gold sehr, sehr gut. Kommen wir also somit zu guter Letzt in unseren Marktnavigator, wie immer zum sogenannten Sektor der Woche. Und das ist dieses Mal eindeutig der Technologiesektor in den USA. Es war vor allem der große Technologiekonzern und Hightech-Konzern Apple, der also hier zum Ende der vorigen Woche die Märkte beflügelte. Und währenddem der S&P 500 Index hier nach wie vor mit einem möglichen Ausbruch aus dem Dreieck nach oben ringt, hat diesen Breakout nach oben die Nasdaq bereits hier vollzogen. Wir sehen also relativ deutliche Kaufsignale. Das eingezeichnete Dreieck, das wir also hier sehen, wurde mittlerweile nach oben gebrochen. Das erhöht somit eben die Chancen hier weiter in Richtung Norden. Und der ETF mit dem Kürzel QQQ hat also somit sehr, sehr gute Chancen, also hier nicht nur das Hoch von April nach oben hier wieder zu erreichen, sondern möglicherweise wieder in Richtung Allzeithoch, in Richtung 175 hier zu laufen. Also Technologiewerte sind derzeit wieder in aller Munde und dementsprechend sollte man mit Sicherheit auch in den kommenden paar Tagen und Wochen vor allem auf Aktien wie Google, Amazon und Apple weiterhin achten. Solange diese Aktien weiterhin relative Stärke zeigen, ist also die jüngste Bewegung, die wir jetzt gesehen haben, zum Ende der folgenden Woche auf wirklich guten Beinen gestellt. Last but not least, wie immer auch der Hinweis auf unsere bevorstehenden Webinare und Seminare. Und da geht es natürlich diese Woche wieder hier ordentlich weiter. Und zwar Startpunkt mit unseren Webinaren für das Monat Mai. Beginnt ab morgen 15.30 Uhr mit Live Trading US Börseneröffnung, gefolgt dann wiederum vom Primetime Setups Webinar, dann um 19.45 Uhr, wo Sie wiederum Ihre Wertpapiere hier genauer von Profis unter die Lupe nehmen lassen können. In diesem Sinne wünschen wir allen Trader und Traderinnen da draußen einen erfolgreichen Trading Tag und wie immer eine erfolgreiche Trading Woche. Ihr Team von lynxbroker.de ... ... ... Vielen Dank.